Die fünf geheimen Steuerroasen der Schweiz, wo zahlen Sie die tiefsten Steuern? Spielen Sie mit dem Gedanken, in die Schweiz zu ziehen? Wenn ja, dann müssen Sie wissen, wo Sie am wenigsten Steuern zahlen. Ich stelle Ihnen die fünf besten Kantone vor, wo Sie am meisten Steuern sparen. Guten Tag, hier spricht Enzo Caputo mit SwissBankingLoyers.com. Ich helfe Kunden aus aller Welt, in die Schweiz zu ziehen und massiv Steuern zu sparen. Welche sind nun die attraktivsten Kantone, um sich ohne Hürden niederzulassen? Der Kanton Zug zählt zu den steuergünstigen Kantonen und dies für Privatpersonen und Firmen. Es hat sich bereits seit vielen Jahren eine internationale Community gebildet, die immer grösser wird. Alle grossen Firmen im Rohstoffhandel haben sich im Kanton Zug niedergelassen. Die attraktive Kombination von Tax-Rulings mit Steuerprivilegien sorgen für einen stetigen Zulauf an internationalen Firmen. Sehr gute internationale Privatschulen, renommierte Privatkliniken, die Nähe zu Zürich und kooperative multilinguale Behörden machen Zug auch für Privatpersonen äusserst attraktiv. Normalerweise müssen Ausländer mit der lokalen Landessprache vertraut sein. Wenn sie ein steuerbares Einkommen von mindestens 500'000 Franken im Jahr nachweisen können, begründet dies ein überwiegendes fiskalisches Interesse. Dies bedeutet, dass der Kanton Zug grosszügig über ihre sprachlichen Fähigkeiten hinweg sieht. Nicht nur der Kanton Zug, sondern auch die China, Schweiz, Nidwalden und Luzern sind sehr flexibel, wenn ein überwiegendes fiskalisches Interesse vorliegt. Diese fünf Kantone handeln wirtschaftlich geschickt und zukunftsorientiert. Anstatt Bewohner zu haben, die die Sprache perfekt beherrschen, ziehen sie Reiche und Investmentfreudige vor. Dies führt zu neuen Arbeitsplätzen, wirtschaftlichem Aufschwung und höheren Lebensstandards. Gleichzeitig senken sie die Steuerlast für die gesamte Lokalbevölkerung. Wenn sie in die Schweiz ziehen, dann sollten sie folgende fünf Kantone genauer anschauen. Zug, Luzern, Nidwalden, Schweiz und die China. Zürich, Basel und Genf schlagen leider einen anderen Weg ein. Diese drei Kantone haben das Steuerprivileg der Pauschalbesteuerung abgeschafft. Sie haben für reiche Ausländer somit Barrieren geschaffen. In den jeweiligen kantonalen Parlamenten haben Gegner der Pauschalbesteuerung für die Absetzung gesorgt. Passen Sie auf! Keiner weiss, wie lange noch die Pauschalbesteuerung in den ausgesuchten Kantonen bestehen bleibt. Meine Aufgabe ist, die Einwanderungsbehörde davon zu überzeugen, dass sie ein überwiegendes fiskalisches Interesse für den Kanton darstellen. Zusätzlich handele ich für Sie das bestmöglichste Tax-Ruling mit den Kantonsbehörden aus. Ich habe einen sehr guten Draht zu den Behörden aufgrund der vielen erfolgreich abgeschlossenen Fälle. Unser umfangreicher Service umfasst eine vollumfängliche persönliche Betreuung. Wir finden für Ihre Kinder die passenden besten Privatschulen und garantieren Ihnen Zugang zu exklusiven Immobilien. Somit sparen Sie durch uns hohe Provisionen, Zeit und Nerven. Unsere zufriedenen Mandanten stammen aus Russland, China, dem arabischen Raum, Türkei, Usbekistan, Kasachstan, Bulgarien und der Ukraine. Wenn Sie sich für den einfachsten und steuergünstigsten Weg in die Schweiz entschieden haben, dann greifen Sie jetzt zum Telefon und wählen 0041 44 212 4404. Wir analysieren zusammen, welcher Kanton auf Ihre Bedürfnisse am besten zugeschnitten ist. Ich garantiere Ihnen, dass Sie innerhalb von zwei Monaten problemlos die begehrte Bebewilligung erhalten und sofort massiv Steuersparen. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.